Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer Website-Vorstellung, und zwar meiner Website. Das ist zwergtube.de. Viele von euch kennen das ganze Ding ja schon und sind da auch fleißig unterwegs. Ich wollte euch heute einfach mal vorstellen, was es denn eigentlich auf zwergtube.de alles gibt. So, da ist nämlich gar nicht so wenig mittlerweile zusammengekommen. Wir basteln ja, also ich hauptsächlich, bastel ja momentan relativ viel an der Website, weil ich es fürs Studium auch gleichzeitig noch nutzen kann. Und deswegen gibt es jetzt heute die kleine, winzige und schöne Vorstellung für zwergtube.de. Also ihr seht hier oben erstmal das Banner, das ist ganz klar als übergreifendes Teil. Hier oben haben wir so einen schönen Showroom, da seht ihr so die neuesten Projekte aus der ganzen Zwergen-Community. Die findet ihr gleichzeitig auch hier unten, das heißt hier seht ihr die gesamten, ja die gesamten Leute, die sich um zwergtube.de mittlerweile versammelt haben. Da haben wir mich, den Gönner, Maki, die Ice Lady auch am Start und natürlich die Zucchinis nicht zu vergessen. Ja, euren Account, das ist das nächste coole Ding. Ihr habt nämlich ein Zwergarmy-Profil, da könnt ihr unglaublich viel drin machen. Ja, das heißt ihr könnt euch hier einloggen und könnt euch hier mit Freunden zum Beispiel zusammenfinden. Ihr könnt Nachrichten untereinander schreiben. Gruppen gibt es auch. Das bedeutet, ihr könnt selbstständig, wenn ihr sagt, ey, ich bin jetzt hier der Typ, der zum Beispiel aus Köln kommt. Ja, dann sagt ihr, alles klar, kein Problem. Wir machen jetzt die Maki-Fan-Gruppe Köln auf zum Beispiel. Da ist derjenige, also du zum Beispiel da draußen, der jetzt diese Gruppe gründet, ist gleichzeitig dann auch noch Gruppenadministrator, kann seine eigene Gruppe managen, kann dir ein eigenes Profilbild zuweisen und, und, und. Du kannst dann auch quasi nur eigenständig Moderatoren für die Gruppe entwickeln. Und was ganz, ganz cool ist, das hängt nämlich zusammen mit dem zwergtube.de-Forum, das komplett integriert an euren Hauptaccount ist, ja. Könnt ihr dann zum Beispiel einer Gruppe zuweisen, dass sie einen eigenen Forenbereich haben kann. Dazu kommen wir allerdings dann eben später erst, ja. Und ihr könnt, wie gesagt, alles Mögliche einstellen. Ihr könnt auch, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, euren Account ganz, ganz normal löschen. Dann kriegt ihr auch keine Nachrichten mehr, fand ich ganz wichtig. Ja, wer ist gerade online? Momentan eben nur ich, ja. Ist ja relativ spät, deswegen bin ich der Einzige, ja. Ansonsten, wer ist so die letzten Angemeldeten? Ihr seht schon, da sind schon, da ist ein Zwerg überall, ja. Das Zwergengezwitscher hier auch, ganz klassisch, ja. Das bedeutet, hier im Zwergengezwitscher habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, zum Beispiel eben, ja, meine neuesten Kommentare, der Gönner, das wird dann von mir retweetet oder von Marki. Die seht ihr dann hier drinnen, alles, was mich so gerade beschäftigt. Scrollen wir mal ein bisschen runter, Fansite. Also zu Zwergtube auf Facebook seht ihr hier die neuesten Beiträge. Wie gesagt, die Beiträge könnt ihr auch alle anklicken. Dann seht ihr das Video, könnt ihr dann direkt auf Zwergtube.de, könnt ihr euch das dann angucken. Das bedeutet, ihr müsst gar nicht mehr von A nach B über die ganzen Kanäle switchen, sondern könnt einfach immer die neuesten Videos hier beispielsweise euch reinziehen. Wenn ihr denn Bock drauf habt, dann braucht ihr nicht eben 5000 Mal verschiedene Kanäle aufrufen, sondern habt alles auf einen Blick. Fand ich ganz geil. Dann gibt es noch ein Bewertungssystem. Da seht ihr jetzt momentan relativ wenig Bewertungen, weil eben momentan noch nicht so viel bewertet wird. Deswegen dieses Video auch. Ihr seht mein MOGA Raffling. Da könnt ihr auch draufklicken, könnt ihr Spiele vielleicht ein bisschen günstiger kaufen und mich dabei unterstützen, was ich sehr cool finde. So, was haben wir hier unten noch? Hier unten haben wir dann noch ein bisschen allgemeines Geschnörxel. Gar nicht so wesentlich. Wir können jetzt mal kurz beispielsweise, was könnte man machen, Sendeplan, kennen die meisten ja schon. Da sind viele unterwegs. Events. Wenn es Events gibt, werden die hier auch rechts angezeigt. Das heißt, wenn irgendwelche Twitch- oder Hitbox-Livestreams anstehen, seht ihr die automatisch als anstehende Projekte. Ihr kriegt sie auch hier angezeigt. Das heißt, ihr verpasst quasi nichts mehr, wenn ihr auf zwergtyp.de unterwegs seid. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ja, ansonsten das Team. Ja, da seht ihr auch nochmal alle, da könnt ihr nochmal alle einzeln durchklicken und euch dann eben gezielt beispielsweise meine Let's Plays oder die von der Ice Lady zum Beispiel anzugucken. Wir können ja mal einfach, ähm, spaßeshalber zum Beispiel mal, machen wir mal einen Gönner. So, gehen wir auf den Gönner drauf. Zack, schwuppdiwupp. Ja, und dann seht ihr alle Let's Plays, die der Gönner so momentan startet und was halt eben so gerade alles da ist. Finde ich ganz cool. Ansonsten die ganzen Links hier zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen, Events. Wie gesagt, momentan stehen gerade im Moment keine an. Deswegen ist das Ding auch leer. Wenn aber, dann könnt ihr auch zum Beispiel nach bestimmten Events suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen starte oder der Marki oder der Gönner, wie ihr Bock habt. So, nächstes großes Ding ist das zwergtyp.de Forum. Ziemlich nice das Teil. Ja, ihr seht hier den Hauptbereich und da könnt ihr natürlich dann selber Beiträge erstellen. Ich schaue da auch regelmäßig rein. Das heißt, wenn ihr da Beiträge schreibt, könnt ihr euch untereinander austauschen. Könnt zum Beispiel Spiele vorschlagen, die ihr gerne sehen möchtet. Und dann können sich da gleichgesinntet treffen und sagen, ey, voll geile Idee, ja, spiel das unbedingt. Ja, das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Ja, hat auch eine Zeit gedauert, bis das funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert es und jetzt können jeder von euch da eben, wie gesagt, im Forum unterwegs ganz schön viel machen. Ne, das Ding ist klar. Hier sind die ganzen Informationen. Der Reign of Kings Server zum Beispiel, der momentan nicht mehr läuft. Da seht ihr es offline, aber ihr könntet theoretisch eben hier euch gleich reinklicken. FAQ ist, wie gesagt, kein Thema. Dann noch die ganze Shopping-Merchandise-Geschichte. Die Redaktion, auch sehr nice das Ding. Da gibt es nämlich die News über aktuelle Sachen. Momentan nicht so viele. Wir arbeiten aber gerade ganz fleißig dran und das Impressum, glaube ich, erklärt sich von alleine. Teilen könnt ihr natürlich. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Einfach mit Klick auf das Banner. Ja, und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt voll Bock drauf auf Warpoint von Maki. Neues Projekt. Ja, ziemlich nice. Kann man sich mal reinziehen. Könnt ihr das A hier gucken. Ihr könnt es hier gleich über alle Kanäle, die euch so einfallen, teilen. Oder ihr könnt auch zum Beispiel die YouTube-Kommentare direkt angucken, die jetzt auf dem Ding laufen. Ja, das ist natürlich, da wird nur der Highlight, also quasi ein Highlight wird hier angezeigt, was so die besten Kommentare sind. Momentan nur einer von zwölf. Ja, und natürlich könnt ihr auch sagen, butterweich, ja, wird dieses Ding sein. Oder es ist sehr nice oder okay oder schlecht oder sehr schlecht. Wie ihr wollt. Dann können wir das auch gleichzeitig noch sehen. Und ihr könnt natürlich einen Kommentar hinterlassen, wie ihr Bock habt. Ja, das ist ganz easy, glaube ich. Ansonsten, wie gesagt, hier nochmal so ein bisschen der Rundumblick. Ja, ist alles drin, was man so braucht. Also, wenn ihr Bock drauf habt, dann klickt doch mal vorbei. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, ein Profil müsst ihr euch nicht anlegen, könnt ihr aber. Oder halt dann im Forum euch rumtummeln und Gruppen bilden und eigene Foren. Die werden dann natürlich, also wenn ihr jetzt quasi da draußen ein eigenes Forum aufbaut, dann wird das hier quasi angezeigt. So wie jetzt hier die Chefredakteure oder Redakteure. Die haben ja auch eine eigene Gruppe. Ja, und die sind dann eben so untergliedert. Ist momentan noch nichts drin, weil es ganz neu ist. Und deswegen finde ich das ziemlich geil. Das heißt, ihr kriegt quasi zu dem Hauptforum, wo alle drin sind, eure eigentlichen Unterforen, die dann wahrscheinlich eben als versteckt angezeigt werden, damit das nur die Leute sehen, die halt eben auch in der Gruppe sind. Finde ich auch ganz gut. Also ein ganz normales Forum eigentlich. Und da könnt ihr relativ viel machen. So, das war es eigentlich schon. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal vorbei. Ich würde mich freuen. Link dazu natürlich in der Video-Überschreibung. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtube. Tschau!